Mit der legendären Questreihe in Warlords of Draenor geht es insofern weiter, als dass ihr ja zum Abschluss, wenn ihr Garona Höllschrei, nein Höllschrei heißt sie gar nicht, Garona Halborken, glaube ich auf Deutsch, als eure Anhängerin bekommen habt, dann hieß es, wartet auf Patch 6.2, in Patch 6.2 hat sich das Ganze geändert, baut eure Werft, haben wir gemacht, gehen wir dann hier zu dem guten Khadgar und der sagt, hey, ihr habt eure Werft, ich meine, er sagt hier auch, so sieht man sich wieder, wir haben uns gerade schon in der Galilions getroffen, aber hey, Hoheit auf hoher See, wir sollen erstmal unsere Werft auf Stufe 2 aufwerten, kein Problem, machen wir natürlich, wenn wir die nämlich auf Stufe 2 aufgewertet haben, gibt es dann einige Marine-Missionen. Die andere Quest ist, dass wir keinen Bibliotheksausweis brauchen, denn wir sollen 33 Folianten des Chaos, das sind quasi so Bücher sammeln, die droppen, wer hätte es anders gedacht, Bosse in der Höllenfeuer-Zitadelle, bedeutet also, ihr müsst einfach Bosse in der Höllenfeuer-Zitadelle töten und das 33 Mal, denn nach meinen Recherchen, ja, sag ich mal so, droppen die Bosse in der Höllenfeuer-Zitadelle, die jeweils nur einmal, es sind allerdings 13 Bosse, braucht ihr also quasi mindestens bis zu dritten ID, außer Blizzard ändert da noch was, dass vielleicht hintere, spätere Bosse mehr als einen Folianten droppen, Die anfänglichen Bosse waren aber so, dass sie jeweils nur einen Folianten gedroppt haben. Ja, also, diese beiden Quests gibt es dann hier und dann schauen wir uns doch mal weiter an, wie es da mit den Marine-Missionen ausschaut, denn ich habe auch den Hafen schon auf Stufe 2 vorbereitet. Um mit der legendären Quest-Reihe für euren Ring weiterzumachen, müsst ihr diverse Marine-Missionen unter anderem abschließen. Das macht ihr, indem ihr eben euren Hafen weiter ausbaut und dann kommt ihr auch schon zu den Marine-Missionen. Was müsst ihr nämlich machen? Eine Reihe von Missionen abschließen, bis ihr am Ende eine Seekarte von Drenor erhaltet. Und die habe ich jetzt hier noch nicht, aber ich habe eine der ersten Marine-Missionen. Die sind hier so ein bisschen gekennzeichnet mit orangener Farbe, eben legendär. Und hier ist ein Ausrufezeichen. Die anderen Missionen sind halt hier Schatzmissionen oder Kampfmissionen. Hier zum Beispiel, da gibt es eine Schatzkiste von Drenor. Und ja, wenn ich die jetzt abschließen will, muss ich natürlich die Prozentzahl so hoch wie möglich haben. Es hier in dem Fall eben diese Dinger-Kontern funktioniert genauso, wie ihr das auch schon kennt von den normalen Missionen. In dem Fall jetzt hier werde ich einfach die beiden Einsatzmöglichkeiten reinpacken, die ich haben kann. Und bin jetzt hier bei 95 Prozent, was gar nicht mal so schlecht ist, denn die Menschenbesatzung erhöht noch einmal die Erfolgschancen von Missionen. Ja, starte ich jetzt einfach mal hier die Mission und müsste jetzt dann einen Tag und 23 Stunden, also zwei Tage warten. Es gibt eine Möglichkeit, das Ganze zu beschleunigen, nur für Leute mit Magiaturm, denn ihr drückt einfach hier drauf. Habt dann mit dem Missionsabschlussbericht die Möglichkeit, wiederum hier drauf zu klicken. Das Ding ist fertig, das Ding ist durch. Ihr könnt dann weitermachen und könnt das Ganze hier abschließen. Jetzt muss man sagen, wir haben übrigens Erfolg. Was ist drin? Das ist wahrscheinlich nicht die Karte von Draenor, nein, 5000 Erfahrungen. Und da unten ist dann die nächste Quest, ihr seht das hier. Machen wir die auch nochmal, würde ich sagen. Die scheint hier auch noch recht gut zu gehen, also müssen wir das hier und außerdem wieder so ein, wo ist es denn da? Ja, das dazu fügen, 81%, ist natürlich nicht ganz so hoch, aber auf der anderen Seite, was ist das da? Gut rein, wo auch noch steht, erhöht die Erfolgschancen. Ich versuche das einfach mal da rein. Nein. Aber warte mal, aber wenn ich das jetzt dazu packe. Ah, 90%, seht ihr? Weil das hier wiederum die Erfolgschancen mit einem U-Boot erhöht hat, deswegen habe ich hier 90%. Na, 90% ist auch gut genug, würde ich mal sagen. Schieben wir wieder an. Die geht jetzt hier nur einen Tag, also es ist halt diverse Unterschiede und ja, da schließe ich natürlich auch einmal hier diese Mission ab. Sage ich hier Badabing und fertig und gucke mir dann wieder mal, hat es geklappt mit 90%. Ja, hat Gott sei Dank geklappt und rauskommen, 5000 Erfahrung, ist das U-Boot auch mal weiter und da geht es denn hier weiter. Und auch hier wieder ist es noch nicht die endgültige Mission, die ich rausbekomme. Ähm, losschicken müsste ich jetzt hier die beiden, die haben auch eine ganz gute Chance miteinander, sind immerhin 88%. Könnte ich jetzt dann losschicken. Könnte ich natürlich jetzt auch nochmal wieder instant abschließen, aber ich würde sagen... So, 12 Stunden sind vorbei, meine nächste legendäre Quest-Mission ist fertig. Gucken wir uns mal, ob die 88% gereicht haben. Sieht gut aus, alles sauber. Jurels Befehl und Turalions Hoffnung existieren weiter. Kriegen nochmal XP, was wir natürlich nicht brauchen. Und da oben ist wieder eine Mission auf den Fersen. Zwei Tage würde die gehen. Hey, 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 das schaffen wir doch. Das schaffen wir doch hoffentlich. Und, äh, das noch. 94%. Na, das sieht wirklich gut aus. Ähm, ja, starten wir die doch mal direkt und ich würde sagen, die beenden wir auch, äh, direkt, damit wir hier, äh, weiterkommen. Das ist, äh, die hier auf den Fersen. Gucken wir uns mal an. So, 94%. Ah, nein, die Mission ist gescheitert. Und die, oh, 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 oh. Ja, da habe ich einiges an Schiffen verloren hier an dieser Stelle. Das, äh, bricht mir richtig das Genickt. Ähm, ich glaube, meine deutlich dezimierte Flotte, ich weiß gar nicht, ob sie sich dagegen nochmal, äh, wehren kann. Beide Zerstörer verloren, das sieht nicht gut aus. Komme ich hier also nicht weiter mit der legendären Quest-Reihe. Aber ist ja auch kein Problem. Also im Prinzip geht es wirklich darum, hier eine Reihe von, ähm, Schiffsmissionen abzuschließen mit legendären, ähm, ja, äh, Schiffen. Nein, nicht mit legendären Schiffen. Im Prinzip geht es wirklich darum, hier einige legendäre Marine-Missionen abzuschließen, um dann am Ende an diese Draenor Schatzkarte zu bekommen, beziehungsweise auf der anderen Seite die Folianten des Chaos zu sammeln. Eigentlich muss man sich dabei auch nicht beeilen, muss man sagen, weil, ähm, ja, es dauert sowieso knapp drei Wochen, bis ihr diese Folianten des Chaos, äh, bekommt. Und wenn es denn dabei bleibt, dass sie eine pro Boss droppen, von daher war es das jetzt hier soweit. Ich würde sagen, wir schauen da nochmal, ähm, wie es hier weitergeht im Patch, ob sich vielleicht Blizzard denkt, sie ändern nochmal irgendwas daran. Das, was ihr jetzt gesehen habt, ist auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand zur legendären Quest-Reihe. Okay, nochmal kurz rekapitulieren. Ihr müsst den Hafen auf Stufe 2, ähm, bringen, dann kriegt ihr einige Marine-Missionen, die ihr erledigen müsst. Nach der Marine-Missionen habt ihr die Draenor Schatzkarte mit dieser Schatzkarte, äh, Seekarte meine ich, nicht Schatzkarte, und den Folianten könnt ihr dann wieder zu Khadgar gehen. Da geht es dann weiter. Wie es genau dann weitergeht, werde ich dann natürlich erst auf dem Live-Server machen können, ähm, einfach. Aber falls ihr euch die Vorschau von Blizzard durchlesen möchtet, weil da gibt es einen Verräter in den Reihen, sage ich euch, ähm, ja, könnt ihr das gerne machen. Da gab es, äh, letzte Tage eine offizielle Vorschau, wo man dann nochmal einiges erfährt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Venian. Bis zum nächsten Mal, euer Venian.